Hallo, da bin ich wieder. Heute gibt es von mir wieder ein neues Video. Ich habe von Medienversagen schon wieder ein neues Paket gekriegt mit Blu-Rays, die möchte ich euch jetzt vorstellen. Dann fange ich gleich mal an mit Green Book. Der ist mir vorgeschlagen worden von ein paar Leuten, dass das sehr gut sein soll. Mit Viggo Mortensen, ein cooler Schauspieler, hat in Aragon bei Heer der Ringe gespielt, bei 1, 2 und 3. Ja, Trailer war jetzt nicht so schlecht. Mal schauen, ob mir sowas auch gefällt. So, dann haben wir da den Film 7500. Das ist ein Flugzeug-Pilotenfilm mit Joseph Gordon-Levitt. Trailer war auch nicht so schlecht, hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, es sind halt einige Filme dabei, die, was die meisten wahrscheinlich schon daheim haben oder gesehen haben, aber da immer so alle drei Monate so eine Großbestellung mache. Ja, zeige euch heute die Filme jetzt trotzdem. Vielleicht ist da ein oder andere dabei, den ihr noch nicht kennt. Ja, den haben wir bestellt mit der Black Leafly und mit Jude Law ist der. Der Rhythm-Section. Ja, im Englisch ist es nicht das Beste. Ja, cooler Actionfilm, der Trailer war auch ganz geil. Kann man sich ganz gut anschauen. Bin ich auch gespannt, wie der wird. So, dann haben wir den bestellt. When She Wakes Up habe ich mir bestellt. Uncut, ja, ist auch so ein Geister-Horror-Film. Der Trailer war auch ganz gut. Man wird halt nicht mit Confuring oder so mithalten können, aber ja, so als eigenständiger Geister-Horror-Film sage ich jetzt einmal wieder nicht so schlecht sein. So, dann haben wir genau Ruf der Wildnis bestellt mit dem Harrison Ford. Ist ja, ich will nicht sagen ein Remake oder so. Ich glaube, da hat es schon mal einen anderen Teil auch gegeben. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Genauso wie den. Da haben wir jetzt noch täglich im Trailer auch geschaut. Ja, es ist auch so ein Wildnis-Film. Ein ziemlich cooler. Ja, mal schauen, wie es der Harrison Ford gibt in seinen Elternjahren. So, dann haben wir den bestellt. All the Devil's Man. Den habe ich auch in einem Update-Video gesehen vor ein, zwei Monaten. Haben wir da einen Trailer auch geschaut. Der war auch ziemlich cool. Ja, so wie es so sei, wird John Wick in der Orte. Man wird John Wick wieder nicht mithalten können. Ist aber wie gesagt, ab 18 wird sicher auch nicht so schlecht sein. So, dann habe ich mir den bestellt. Ja, der hat mir noch in der Sammlung gefällt. War bei Medienversand, glaube ich, in Aktion. Waren wir bei Amazon jetzt noch ein bisschen zu teuer. Mit Keanu Reeves in seine Jungen. Ja, den Film kenne ich schon. Hat mir ganz gut gefallen. Hat mir aber jetzt noch gefällt. Waren wir aber bis jetzt immer zu teuer. So, dann habe ich mir den bestellt. Der ist jetzt ein bisschen neuer. Ein unmoralisches Angebot mit Woody Harrison, Robert Redford und der Demi Moore. Bin ich auch gespannt. Also, wie gesagt, den Film kenne ich aber bin gespannt, wie die Blu-ray Qualität ist. Schauen wir mal. So, genau. Dann haben wir den bestellt. Summer of 84. Den habe ich glaube ich gesehen. Netflix oder Amazon Prime mit die vier Jungs da. Wo sie dann, okay, ich will jetzt nicht spoilern oder so. Aber wo sie den Mörder dann überführen. Und der ist echt cool gemacht, der Film. Der hat mir echt ganz gut gefallen. So, dann haben wir den bestellt. Red Tears. Der war in Aktion. Ich glaube um 7,99. Habe ich jetzt in Facebook auch schon öfters gesehen. Die hat da einer verkauft. Mengenweise. Jetzt haben wir den einmal mitbestellt. Er ist so ein Horrorfilm. Limitiert auf 1000 Stück. Ich habe die Nummer 637. Ja, wir schauen an, wie der wird. Dann habe ich mir da bestellt. Cocoon haben wir bestellt. Der hat mir auch noch in der Sammlung gefällt. Film kenne ich schon ewig und noch so lange. Auch echt ein cooler Film. So ein Kindheitserinnerungsfilm. Hat mir auch ganz gut gefallen. Wollen wir aber bis jetzt teuer. In dem Fall jetzt in Aktion. Deswegen haben wir ihn mitbestellt. Genau, dann den habe ich auch. Den kenne ich noch gar nicht. Movie 43. Also habe ich mir nur bestellt, weil der Johnny Knoxville mitspielt. Ich meine, das sind lauter Halle Berry, Hugh Jackman. Lauter Bekannte. Er ist auch Superbad zum Beispiel. Ist ein ziemlich kranker Film. Also der Trailer war ziemlich krank, sag ich jetzt einmal. Ja, auch in der Extended Version. Schauen wir mal, wie der wird. So, genau. Dann haben wir den bestellt. Das Grauen aus der Tiefe. Da haben wir jetzt zuerst den Trailer angeschaut. Also der ist so ein 80g Jahre als Slasher. So jetzt einmal. Trailer war ganz cool. Schauen wir mal, wie der Film ist. So, genau. Dann haben wir den Film Sonic bestellt. Ja, zwar nicht in 4K. Schaut in 4K sicher von Bild her auch cool aus, aber so einen Film brauche ich jetzt nicht in 4K. Deswegen hat er die Blu-ray gereicht, aber wird eh schon jeder kennen. So, dann haben wir den bestellt. Soldier. Der ist mit Mel Gibson. Ich muss aber dazu sagen, das Cover ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen falsch. Mel Gibson hat nur kurze Rollen vor 1-2 Minuten vom ganzen Film. Stört mich aber trotzdem nicht. Film kenne ich noch nicht. Auch Kriegsfilm. Und haben wir bestellt, weil Mel Gibson tagt mir ziemlich gut. Vielleicht gefällt mir der Film auch ganz gut. Genau, dann haben wir den bestellt. Disaster Movie. Ja, den haben wir bestellt, weil ich habe eigentlich von Scary Movie Reihe und von den ganzen Verorschungsfilmen eigentlich alle daheim. Die sammle ich schon. Und da habe mir der jetzt auch noch gefällt. Ich glaube 2-3 andere haben wir auch noch bestellt, die kommen aber erst. Ja, wird wahrscheinlich auch schon jeder kennen. War jetzt auch in der Aktion, deswegen haben wir den jetzt endlich mitbestellt. So, dann haben wir da bestellt, ey Mann, wo ist mein Auto? Ja, wird auch jeder kennen. Ziemlich lustiger Film. Men Stifler. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Also in der Kindheit gerne angeschaut. Hat mir jetzt auch noch in der Sammlung gefällt, war auch in der Aktion. Ja, und deswegen haben wir ihn mitbestellt. Genau, dann haben wir da der Silence bestellt. Da habe ich am Anfang nicht mehr geglaubt, das war, es ist eine Serie, also eine Kurzserie, aber da war es ein Horrorfilm mit so Vögeln oder was, die, was da die Leute ergreifen. Haben wir jetzt auch im Trailer letztens angeschaut. Ich habe mir gedacht, vorher war auch 10 Euro kostet. Haben wir auch jetzt mitbestellt von Konstantin Film. Schauen wir mal, wie der ist. So, dann haben wir da mit Steven Segal, den habe ich mir schon länger angeschaut. Der Trailer war jetzt nicht so schlecht. Das heißt Submerkt, heißt der. Wie gesagt, da geht es um ein U-Boot. Ja, mal schauen, wie der ist. Ob der noch so gut ist wie seine damaligen Filme. Wie auf brennenden Eis oder so. So, dann haben wir den bestellt. Der ist jetzt auch erst rausgekommen. Sergeant Pilko. Also immer Ärger mit Sergeant Pilko mit Steven Martin. Ja, echt ein lustiger Film. Kenne ich auch von früher. Ist jetzt auch erst mal so auf Blu-ray rausgekommen von Universal. Ja, was wir in der Sammlung haben, weil man Filme sammelt. Echt ein super Film mit ihm. So, dann haben wir den bestellt. Coffee, die Raubkatze. Ist auch erst rausgekommen vor 2-3 Wochen. Ja, mal schauen, wie der wird. Auch Actionfilme in der Ort. Das muss man schauen. Trailer war ganz gut. So, dann haben wir den bestellt. Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Das ist original. Es gibt ja das Remake mit Jandre Wolter. Ich habe nicht gewusst, dass es original auch gibt. Mir ist das letztens bei Amazon. Habe ich das gesehen. Habe ihn jetzt auch bei Medienversand bestellt. Hat glaube ich 14, 15 Euro gekostet. Ja, mal schauen, wie der wird. Also, der Trailer war ganz cool. Wie gesagt, der Wolter Mata spielt ja auch mit. Der spielt ja bei Dennis auch. In Opa zum Beispiel. Auch cooler Schauspieler. Und jetzt schauen wir den auch mal an. So, dann haben wir da den Film Todfreunde. Ja, kenne ich persönlich noch nicht. Ist auch wie ein Thriller in der Ort. Ist auch schon ein Film. Auch als erstes mal auf Blu-ray rausgekommen. Ja, mal schauen, wie der wird. Sagt mir persönlich jetzt gar nichts. Ja, mal schauen. So, dann der ist auch neig. Deadwater. Ja, da spalten sie ja die Gemüter. Die einen sagen, er ist gut. Die anderen sagen wieder, er ist nicht so gut. Ja, wir haben ihn jetzt einmal bestellt. Ich meine, er ist noch nicht so gut, als sollte er da. Wenn einem gar nicht gefällt, wird er noch verlost zum nächsten Verlosungsvideo. Also könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie euch der gefallen hat, wenn ihr ihn kennt. Dann habe ich den, habe ich schon mal daheim gehabt, als Kommando. Ziemlich cooler Actionfilm von den 80er, 90er Jahren. Ist jetzt noch einmal remastert worden von der Firma Nameless. Wie es da hinten drauf steht. Ich habe den Film schon mal auf Blu-ray gehabt. Den habe ich dann hergeschenkt, wenn mir die Qualität her und das Bild überhaupt nicht getaugt hat. Der Film war so nicht schlecht. Und jetzt haben wir den von Emeless noch einmal bestellt. Ist echt ein cooler Actionfilm. Kann ich noch jeden empfehlen. Ja, dann haben wir den bestellt. Baba Yaga. Ja, der soll ja kompletter Blödsinn sein, der Film. Habe ich mir jetzt sagen lassen vor einigen Leuten. Ja, ich werde mir nicht selber mal anschauen. Wie gesagt, vielleicht gefällt einem, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Genau, dann der ist rausgekommen. Den hat schon mal als ein zweiter Auflog auf Blu-ray. Marschier oder stirb. Mit Darren's Hill. Ja, auch so ein Kriegsfilm in der Ort. Film kenne ich persönlich noch nicht. Ich habe auch nicht gewusst, dass der schon mal rausgekommen ist auf Blu-ray. Habe ich mir jetzt auch bestellt für 10 Euro. Genau, dann der mit Guy Pearce ist rausgekommen. Der Derbing the Peace ist rausgekommen. Vor einem Konstantin-Film. Ich spiele da so einen Polizisten. Mit so Gangs oder so in der Ort. Ja, der Trailer war jetzt nicht so schlecht. Mal schauen wie der Film wird. Wie gesagt, das ist auch ganz neu rausgekommen. So, dann haben wir da Diener der Dunkelheit. Ja, mit Dustin Hoffman ist der. Mal schauen wie der wird. Trailer war nicht schlecht. Da geht es ja glaube ich so um Entführung oder so in der Ort. Was ich jetzt vom Trailer her so mitgekommen habe. Mal schauen. So, dann habe ich mir den bestellt. Alone with Fight. Das letzte Gefecht. Ein Kriegsfilm. Ja, bekannte Schauspieler. Sagt mir jetzt nicht wirklich was. Trailer war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, man, der Soldat James Ryan wird es jetzt nicht werden oder so. Aber ich sage, ich gebe den Film auch Chance. So, dann haben wir den bestellt. Six Below. Der war eine Aktion. Um 10 Euro glaube ich. Ja, ich sehe mit dem Josh Hartnett ist der. Schaue ich ganz gerne. Taugt mir. Ja, geht es um so. Er ist ein Snowboarder und kommt dann unter eine Lawine oder irgendwie so in der Ort. Ja, muss ich dann retten. Also so Überlebensfilm halt. Trailer war ganz cool. So, dann haben wir den bestellt. Man at Work. Ja, den habe ich jetzt schon so lange im Waren gehabt bei Amazon. Jetzt haben wir beim Medienversauen endlich mitbestellt. Da war er um 2, 3 Euro billiger. Ja, habe ich auch. Kenne ich noch gar nicht den Film. Ja, mit Charlie Sheen. Also, der wird halt ein ganz lustiger Film sein. Bin ich gespannt drauf. So, dann haben wir den bestellt. Der hat die Office Party. Trailer war viel lustig. Habe ich auch schon länger im Waren gehabt bei Medienversauen. Jetzt auch in der Aktion. Auch in der Unrated Version von Konstantin Film. Er ist also ein ziemlich abgefahrener Film. Im ersten Trailer ausschauen. Also echt cool. Ich bin schon echt gespannt auf den Film. So, und dann kommen wir schon zum letzten. Genau, Interview mit einem Vampir. Ich habe ihn auch bestellt. Der hat mich auch noch in der Sammlung gefüllt mit Tom Cruise und Brad Pitt. Film. Wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Echt cool gemacht. Hat mir auch ganz gut gefallen. Hat mir jetzt auch noch gefällt. War in Aktion. Deswegen haben wir den auch mitbestellt. Ja, das war es dann schon wieder. Die Schachtel ist wie gesagt klar. Die nächste Lieferung, also 2, 3 Bestellungen solltet ihr jetzt noch kriegen in den nächsten 3, 4 Wochen. Also könnt ihr gespannt sein, was ich mir noch bestellt habe. Dann danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Abonniert mich fest und bis zum nächsten Video. Danke. Tschüss.